Baustelle, die Baustelle, die Baustellen Wie lange arbeiten die Baustelle? In der Stadt gibt es viele Baustellen. Vor unserem Haus ist eine große Baustelle. Vor unserem Haus ist eine große Baustelle. Die Architektin besuchte die Baustelle und sprach mit den Bauarbeitern. Die Architektin besuchte die Baustelle und sprach mit den Bauarbeitern.